Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Köln. Wir befinden uns in der Andachtsreihe Entscheidungsfindungen. Es geht um Entscheidungen, die nicht immer so ganz eindeutig mit richtig oder falsch beantwortet werden können, aber wo wir biblische Prinzipien anwenden können. Und die Leitfrage, die ich euch heute mitgeben möchte, lautet, wird es anderen Christen helfen? Wird es anderen Christen helfen, wenn ich mich so entscheide? Was für eine Auswirkung hat meine Entscheidung auf andere Christen? Das ist eine wichtige Entscheidung und damit sind wir in 1. Korinther 8, Vers 9. Da schreibt Paulus an die Korinther, seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß wird. Kurzer historischer Background. Damals in der griechisch-römischen Welt, in der sich auch die Gemeinde in Korinth befindet, wurdest du eigentlich fast tagtäglich mit dem ganzen Thema Götzenopferfleisch konfrontiert. Und darum geht es hier in 1. Korinther 8. Wir müssen verstehen, auch die Heiden haben geopfert, ihren Göttern. Und da wurde Fleisch geopfert, aber das Fleisch wurde nicht komplett verbrannt. Ein Teil hat der Priester bekommen. Und stellt euch mal vor, wenn am Tag Hunderte opfern, der Priester kann das Fleisch ja nicht alles selber essen. Und dementsprechend wurde ein Teil des Fleisches auf dem Marktplatz verkauft oder im sogenannten Restaurantbereich im Tempel. Und dementsprechend wurdest du als Christ ständig jetzt mit dieser Frage konfrontiert, das Fleisch, das ich da zum Beispiel auf dem Marktplatz auch kaufe, ist das Fleisch, das ursprünglich Götzen geopfert wurde? Und Paulus beantwortet in 1. Korinther 8 bis 10 diese Fragestellung. Jetzt war es aber so, dass einige in Korinth gesagt haben, ja, diese Götter gibt es sowieso nicht, also dürfen wir das Fleisch immer und überall essen. Und Paulus sagt in 1. Korinther 8, Moment, es gibt einen limitierenden Faktor. Die Erkenntnis bläht auf, wenn du erkannt hast, es gibt nur einen Gott. Aber die Liebe baut auf. Das ist der Beginn von 1. Korinther 8. Und Paulus sagt, für uns Christen geht es nicht nur um die Frage, was darf ich, sondern was dient dem anderen? Helfe ich damit auch dem anderen. Dann erwähnt Paulus eben das Beispiel, dass er darauf zu sprechen kommt und sagt dann in Vers 9, seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen. Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Paulus sagt, ihr dürft nicht zum Anstoß werden und Anstoß wird hier als Anstoß zur Sünde definiert. Ja, also Paulus sagt, wenn du, du hast vielleicht die Freiheit und sitzt da im Restaurantbereich des Tempels und isst dein Götzenopferfleisch. Und da kommt jemand, der früher da drin war. Das war seine Religion. Und er hat jetzt ein neues Leben in Christus und er sieht dich da sitzen, aber er verbindet es mit seiner Vergangenheit. Und wenn er durch dein schlechtes Vorbild dazu gedrängt wird, das auch zu essen, dann begibt er sich von Christus weg. Also für ihn, weil es falsch ist und er fällt in sein altes Leben zurück. Und so achtet darauf, sagt Paulus, dass ihr nicht den anderen zum Anstoß werdet. Es geht nicht nur um die Frage, was es mir erlaubt, sondern auch was hilft den anderen oder was wird ihn zum Straucheln bringen in seinem Glaubensleben. John MacArthur erzählt, dass er einmal im Flieger unterwegs war und dann wurde ihm von der Sur des ein Champagner angeboten. Und er sagt, er persönlich hätte die Freiheit gehabt, das Champagnerglas zu trinken. Aber er hat abgelehnt. Und kurz darauf kam ein anderer Passagier zu ihm und sagt, sind Sie nicht John MacArthur? Ich wollte mich bedanken, ich bin durch Ihre Predigt zum Glauben gekommen. In dem Moment war John MacArthur sehr dankbar, dass er das Champagnerglas nicht genommen hat. Schaut mal, wir haben Vorbildcharakter auch immer wieder für andere Christen. In unserer Gemeinde gibt es einige Ex-Alkoholiker oder Trockenalkoholiker. Und das sind Menschen, die keinen Schluck trinken dürfen. Für sie wäre es falsch, auch nur in ganz begrenzten Mengen, weil die Gefahr zu groß ist. Und angenommen, Sie würden mich in einer Kölner Kneipe treffen, wo ich als Ihr Pastor genüsslich ein Bier trinke. Wäre das hilfreich für sie? Garantiert nicht. Sie könnten verleitet werden. Na gut, so schlimm kann das ja doch nicht sein. Auch André trinkt hier sein Bierchen, dann trinke ich auch. Paulus zieht am Ende die Konsequenz und sagt darum, wenn eine Speise meinem Bruder Anstoß gibt, so will ich nie und nimmer mehr, hier steht die stärkste Verneinung im Griechischen eines zukünftigen Geschehens. So will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Das heißt, Paulus sagt, ich lebe mit der Leitfrage, hilft es dem anderen? Diese Leitfrage will ich dir mitgeben, wenn du vor gewissen Entscheidungen stehst, stell dir nicht nur die Frage, was ist für dich okay, sondern stell dir auch die Frage, was hat deine Entscheidung, was hat dein Verhalten für Auswirkungen auf andere Christen. Wir sollen einander erbauen. 1. Korinther 12, das soll im Leib Christi geschehen, dass wir erbauen, aber nicht, dass wir anderen Anstoß geben zur Sünde. In diesem Sinne möchte ich euch ermutigen, auch darauf zu achten, nicht nur was ihr dürft, sondern was dient dem anderen und unsere Freiheit durch die Liebe gegebenenfalls sogar einzuschränken. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen.